Als Länder der böhmischen Krone bezeichnet man die Gesamtheit der Länder, die mit dem Königreich Böhmen durch den gemeinsamen Herrscher sowie Überlehensbeziehungen verbunden waren. Mit der böhmischen Krone ist hier nicht die materielle Krone, die Wenzelskrone, gemeint, die dem König aufs Haupt gesetzt wurde, sondern die königliche Herrschaft, die in Verbindung mit der Ständeordnung das böhmische Staatswesen darstellte. Der Begriff war bis 1918 bis zum Ende der Habsburger Monarchie, zu der die Länder der böhmischen Krone seit 1526 gehörten üblich. Geschichte Im 12. und 13. Jahrhundert waren nur Böhmen, die Markgrafschaft Meeren und die Grafschaft Glatz auf Dauer miteinander verbunden. Unter den Luxemburger Königen Johann und Karl IV. kamen die seit 1202 vom polnischen Staatsverband politisch und dynastisch unabhängigen schlesischen Herzogtümer, die Ober- und die Niederlausitz sowie eine Vielzahl von kleineren Reichslehen hinzu. Im Vertrag von Trenschen 1335 verzichtete der polnische König Kasimir der Große gegenüber König Johann von Böhmen endgültig auf die Lehnshoheit über Schlesien. Nachdem zuvor schon viele schlesische Teilfürsten die böhmische Oberhoheit anerkannt hatten, die förmliche Verbindung einzelner Territorien mit der Krone Böhmens bezeichnete man als Inkorporationen. Karl IV. verfügte, dass die Länderverbindung unabhängig von den dynastischen Entwicklungen Bestand haben sollte, auch wenn die Luxemburger einmal aussterben sollten. Das wurde auch unter den Habsburgern beibehalten seit Ferdinand I. 1526 die Länder der böhmischen Krone für das Haus Habsburg erbte. In der Habsburger Monarchie bildeten diese Länder wie die Länder der ungarischen Krone und die österreichischen Erbländer einen der drei Hauptteile des mitteleuropäischen Herrschaftsbereichs dieser Dynastie. Die böhmische Krone war weder eine bloße Personalunion noch eine Föderation gleichberechtigter Mitglieder. Stattdessen galten das Königreich Böhmen und seine Stände als Haupt die anderen Länder als die Glieder. Während die Böhmen den Unterschied zwischen Hauptland und Nebenländern hervorhoben und neben der Führungsrolle im Inneren nach außen die Alleinvertretung des Staates beanspruchten, betonten mehrer Schlesier und Lausitzer die politische Autonomie ihrer Länder, die sich schließlich freiwillig mit Böhmen vereinigt hätten. Die Führungsrolle Böhmens wurde von den Ständen der Nebenländer nicht grundsätzlich in Frage gestellt, wenngleich sie seit dem Beginn des 15. Jahrhunderts beharrlich mehr Rechte, zum Beispiel die Beteiligung an der Königswahl, forderten. Außerdem König verfügte die böhmische Krone über keine gemeinsamen Staatsorgane, was in Krisenzeiten ein großer Nachteil war. Nur selten trafen sich die Stände aller Länder zu Generallandtagen. Lediglich die böhmische Hofkanzlei unter der Führung des Oberstkanzlers war für alle Länder der Krone zuständig. Obwohl kaum Institutionen vorhanden waren, kam es vor allem im 16. Jahrhundert zu immer engeren politischen Verbindungen zwischen den Ländern der böhmischen Krone und zu Beginn des Dreißigjährigen Krieges schien es, als könnte mit der Konfohederatio Bochemica das politische System der böhmischen Krone entscheidend modernisiert werden. Mit der von den Kaiserlichen gewonnenen Schlacht am Weißen Berg 1620 war dieses Verfassungsexperiment allerdings schnell beendet. In der Folgezeit verlor die Krone Böhmens als Staatskonstrukt in der frühneuzeitlichen Habsburger Monarchie immer stärker an Bedeutung. Schon 1635 war im Prager Frieden die Lausitz herausgelöst und an Sachsen gegeben worden. Die Ereignisse nach 1620 bewirkten einen lang anhaltenden politischen Niedergang der Staatsnation Böhmens. Die tschechische Sprache wurde zunehmend vom Deutschen verdrängt. Im Frieden von Berlin musste Österreich den größten Teil Schlesiens und die Grafschaft Glatz an Preußen abtreten. Der Österreich verbliebene Rest Schlesiens wurde als Herzogtum Ober- und Niederschlesien im Hof- und Staatskalender bis 1918 als Land der böhmischen Krone geführt. Besondere Rechte der Kronländer Böhmen, Meeren und österreichische Schlesien in Zislythänien bestanden aber nicht. Auswirkungen beim Auseinanderfallen zislythäniens bzw. Österreich-Ungarns im Oktober-November 1918 setzten die Tschechen wie von ihren Exil-Politikern seit 1916 mit der Triple Attate vereinbart. Für den Westteil der tschechoslowakischen Republik die Grenzen der Länder der böhmischen Krone durch. Die Berufung Deutsch-Österreichs auf das von Woodrow Wilson verkündete Selbstbestimmungsrecht der Völker blieb für Deutsch-Böhmen, Deutsch-Mera und österreichische Schlesier erfolglos. Die Länder der böhmischen Krone bilden seit 1993 mit kleinen Abweichungen beispielsweise in Waltis, Felsberg oder im Ulsergebiet das heutige Tschechien-Karten-Territorien, siehe auch Länder Tschechiens.